Nachdem die Spreefüchse letzte Woche gegen Nord-Hardes-Leh in der Liga erstmals auswärts punkten konnten, ging es diese Woche weiter im DAB-Pokal. Am Sonntag empfing man den SV Werder Bremen vor heimischer Kulisse in Charlottenburg. Grunde eins, gegen den viertligisten Königsborner SV war kein Problem und auch wenn es heute, wenn es am 7. Oktober nicht erneut zu einem 36 zu 19 kommen sollte, man war heiß auf den Sieg. Schon nach den ersten Aktionen war klar, dies hier wird ein Spiel auf Augenhöhe. Die Gastgeber können sich zwar von Beginn an ein paar Tore Vorsprung erspielen, wirken jedoch zunächst recht unsort. Vor allem in der Offensive verlassen sich die Berlinerinnen immer wieder auf ihre starke Nummer 77, Vanessa Mack. Und das zu Recht, die Österreicherin glänzt mit durchdäglich starken Aktionen und kann das Spiel am Ende mit neun Treffern als erfolgreichste Schütze abschließen. Bremen versucht es häufig mit einer Menge Tempo und erzielt viele der Treffer aus der ersten oder zweiten Welle. Das scheint auch besser zu klappen als die ruhig aufgebauten Positionsangriffe, bei denen die Berliner Abwehr heute kaum aus der Ruhe zu bringen ist. Mit einem unnötig knappen 12 zu 9 aus Sicht der Spreefüchse geht es in die Pause. Ja, wir sind nicht so gut in die Partie gestartet, wie wir es uns eigentlich vorgenommen haben. Haben im Angriff vor allem lange gebraucht, so unseren Rhythmus zu finden. Hinten gibt uns Natascha den Rückhalt, hält viele Paraden, vor allem von außen. Und wenn wir so weitermachen, denke ich, werden wir das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Und eine macht genauso weiter. Natascha Passol hält Ball um Ball und somit ihre Mannschaften-Tore technisch vor. Nicht ganz so eindeutig geht es auf der Platte weiter. Immer wiederkehrende technische Fehler auf beiden Seiten machen die zweite Hälfte dieser Partie etwas zäh für die Zuschauer. C. Aber spannend, denn im Gegensatz zu den Spreefüchsen, die in 18 Minuten lediglich viel Tore erzielen, und eben auch scheiße waren. So kommt es in den letzten Spielminuten zu einem spannenden Kopf-an-Kopf-Tore. Welches die Damen in grün in einem 20 zu 19 nur knapp für sich entscheiden. Ja, es war auf jeden Fall sehr emotional, weil es auf und ab die ganze Zeit ging. Aber wir haben uns auf jeden Fall gut zurückgekämpft und haben dann das Spiel noch gewonnen zum Ende. Das zählt ja. Haben wir es ein bisschen spannend gemacht für die Zuseher. Und am Ende können wir uns glücklich schätzen, dass Natascha hinten die Dinger gehalten hat und vorne Wanni einfach heute unser Feld in der Brandung war und wenn es drauf ankommt, die Dinger auch reingemacht hat. Für das nächste Spiel müssen sich die Berlinerinnen dann taktisch gar nicht sonderlich umsortieren. Da geht es in der Lieder weiter, auch gegen den gleichen Gegner und da wollen wir auf jeden Fall auch zwei Punkte mitnehmen, weil in der Lieder sind die Punkte auch sehr, sehr wichtig für uns. Und da der Pokal seine eigenen Regeln, seine eigenen Gesetze hat, sind hier die Karten natürlich wieder komplett neu gemischt. Am 13. Oktober haben die Spreefüchse das Auslats erneut die Chance, sich gegen den SV Wannheim durchzusetzen. Bis zum nächsten Mal.